Hallöchen. Ja, ein zweiter Versuch irgendwie. Ich glaube, ich habe gerade gedacht, meine Kamera explodiert, weil irgendwie gar nichts mehr gemacht hat. Naja, ich habe einen sehr begrenzten Zeitrahmen, weil ich habe Videos auf meiner Kamera, die möchte ich aber nicht löschen. Und ich habe im Moment keinen Computer, weil mein Computer ist kaputt, deswegen bin ich im Moment so inaktiv. Deswegen kann ich nicht so viele Videos auf meiner Kamera löschen, damit der Speicherplatz da ist, deswegen fange ich direkt an. Also, wie gesagt, wenn jemand fragt, mein Computer ist seit fast eineinhalb Wochen kaputt. Ich habe jetzt heute Morgen, also seit heute Morgen kann ich wohl nebenbei so ein Laptop mit benutzen und darüber versuche ich gleich dieses Video hochzuladen. Aber irgendwie ist es ja richtig langsam. Naja, dann hatte ich hier Arbeitenphase, also ich habe alle Arbeiten geschrieben, die ich schreibe. Und Gymnasium, ja, ist schon eine Stufe. Sagt man das eine Art für sich? Nein, man sagt das anders. Fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall, ja, habe ich ein bisschen mehr zu tun. Ähm, im Moment. Also Arbeiten sind jetzt vorbei, die Klausuren. Mache ich meinen Flugschein? Oh, ich habe gestern dieses Starterpaket bekommen. Ich sage Starterpaket, ich weiß gar nicht, ob man das auch nennt. Ähm, ja, mit den Bögen und ähm, ich freue mich total darauf. Ich weiß nicht, ich habe sofort so, oh mein Gott, ja. Und der Fahrlehrer meinte auch so, okay. Ich habe mich aber total gefreut. Weil ich will das Ding echt haben. Also ich habe leider noch kein Auto. Aber ja, das wird. So, dann hatte ich ja Tanzauftritte. Also in Contest am 25.02. meine ich. Da war wir mit dem Team nicht so schlecht. Auch nicht so gut. War immer so mittelig. Aber ich war Solo, ähm, sag ich euch. Also ich war irgendwie total glücklich so. Also ich habe den 11. Platz von 83 gemacht. Das Video habe ich auch hochgeladen. Und an dem Tag habe ich echt gedacht so, hallo. Und das war einfach mega krass. Also wirklich, ich weiß nicht, ich fand das, ja. Also ich habe mich wirklich mega, mega riesig gefreut. Und ähm, jetzt war halt ein Contest nochmal vor einer Woche, meine ich. Und der war nicht so gut. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Viele können das nicht nachvollziehen. Weil, ja, es gibt verschiedene Gründe. Aber ist egal. Na gut. Und von dem letzten Auftritt habe ich mir eine Zerrung an meinem scheiß Bein geholt. Also nicht direkt am Knöchel. Aber ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist das richtig dick. Moment. Also, hier seht ihr das? Vielleicht. Boah, das hört man auch total. Das ist so dick. Und das tut weh. Und ich habe im Moment Kühlgel. So eine Pferdesalbe von meiner Oma. Und ich, boah, ich schmier mir nur noch dieses Gel auf meinem Bein da drauf. So. Weiter. Haare gefärbt. Ja, ich habe meine Haare. Die Farbe schreibe ich unten rein. Die ist mir gerade schon nicht eingefallen. Ähm. Mahogoni ist das auf jeden Fall. Habe ich meine Haare gefärbt. Ist ein bisschen dunkler, das Rot. Aber gefällt mir auch. Und meine Seite habe ich nachrasiert beim Friseur. Ein Stück habe ich weggelassen, weil ich den Sidecut wirklich nur noch bis zum Ohr haben möchte. Und den Rest, wenn der lang genug ist, hier der Rest, den dread ich dann mit. Wenn ich einen Zopf haben möchte, dann versuche ich das ja nicht so zu zeigen, dass dann auch so eklige Stoppeln sind da. Ähm. Ja. Moment. Ich schaue mal, wie lange ich noch machen kann. Eine Minute. Oh mein Gott. Ich muss mich ganz schnell beeilen. Ähm. Ja. Ähm. Leute, dann habe ich mir auch letztens bei, ähm, ihr Platz, habe ich das gekauft. Da haben die mal voll viel von Essence runtergesetzt. Das ist heftig. Ähm. Den Eyeliner. Berlin. Berlin. Rocks. Rocks. Berlin. Rocks. Die Nummer 03. Alter Schwede. Also ich hätte nicht gedacht, so in der Sonne sieht man erst, wie geil dieser Gel Eyeliner ist. Ich habe den jetzt nicht schön und auch nicht gut und auch nicht ordentlich aufgetragen, aber ich mache den auch noch. Also der gefällt mir echt total. Und Deo. Das war im Angebot. Ähm. Von Isana. Deospray. Fresh. Ähm. Auch mega geiles Deo. Also es riecht so frisch. Und so natürlich, so neutral. Genau das wollte ich sagen. Dann habe ich noch ein paar Ureos, die ich gleich futtern werde. Und meine Sonnenbrille. Und ich glaube jetzt habe ich einfach Schütz oder vielleicht ist auch schon Ende oder vielleicht ist jetzt gleich Ende. Also bis dann und ich versuche, ich versuche das was kommt. Okay. Tschüss. 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 Tschüss.